Hallo, ich bin Alexander Benz von Bannerie Medien und arbeite hier als Kundenberater, habe dementsprechend viele Gespräche rund um das Thema Suchmaschinen suchen, Google natürlich. An einem Beispiel möchte ich Ihnen mal ein Tool vorstellen, ein kostenloses Tool. Das Ganze nennt sich Free Google Monitor, in dem Sie sich anzeigen lassen können, wie Ihre Webseite, zu welchen Keywords wie gelistet ist und weiterhin zu schauen, welche Mitbewerber bewegen sich links oder rechts von Ihnen oder bestenfalls natürlich ober oder unterhalb Ihrer Webseite. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet für den Jagdschulatlas. Der Jagdschulatlas ist ein Portal im Internet, dort geht es um Jagdschüler in Spee. Was suchen die? Ja, die suchen eine Jagdschule, richtig. Die suchen etwas zur Jagdprüfung, die suchen Jagdschein. Das sind so die Suchanfragen, die über Google laufen und ich habe hier an diesem Beispiel mal angezeigt, wo sich der Jagdschulatlas unter www.jagdschulatlas.de im Netz bzw. bei Google befindet. Hier können Sie sehen, dass der Jagdschulatlas auf diese Keywords optimiert wurde und hier finden Sie die Bestätigung, ja, auch auf Seite 1 auf den vorderen Positionen bei Google gelistet ist. Wenn Sie hier natürlich einen Schritt weiter gehen und zu jedem dieser Schlüsselbegriffe, Keywords, einfach mal anklickenderweise sich die Mitbewerber darstellen lassen, haben Sie einen weitergehenden Schritt nachzuvollziehen, wieso befindet sich möglicherweise jemand vor mir bei Google bzw. auch was muss ich tun, um vor diesen Mitbewerber zu gelangen. Selbst Entwicklungen, nachdem Sie optimiert haben, werden in diesem Tool dargestellt. Free Google Monitor zeigt Ihnen auch an, wenn Sie Maßnahmen durchgeführt haben, ob diese von Erfolg gekrönt sind. In einigen Fällen ist es tatsächlich innerhalb von zwei, drei Tagen sichtbar, jawohl, es gibt hier einen grünen Pfeil, hier geht es nach oben in den Positionen. Je Position auf Seite 1, die Sie nach oben klettern, dann ist es ein prozentualer Wachstumsfaktor in den Zugriffszahlen auf Ihrer Webseite. Dieses Tool ist kostenlos. Sie müssen es sich im Grunde nur downloaden. Googlen Sie doch einfach mal danach. Free Google Monitor. Installieren Sie sich das auf Ihren Rechner, geben Ihre gewünschte Domain ein, geben Ihre Schlüsselworte ein, so wie hier und können dann täglich 24 Stunden Rhythmus einmal die Woche Ergebnisse nachvollziehen. Sollten Sie Fragen dazu haben, sollte Ihnen möglicherweise anstelle dieser Position auf Seite 1 auffallen, dass Sie im Grunde nicht wirklich irgendwo auf Seite 1 gelistet sind, rufen Sie gerne bei uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Solche Ergebnisse sind machbar, sind reell umsetzbar. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrer Frage an uns herantreten. Ich freue mich. Bis dann.